hallo mein lieben markt und herzlich willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal und heute stelle ich euch mein diskursserver vor auf meinem diskursserver da könnt ihr jederzeit drauf joinen und es gibt sehr vieles preise aktuell verkaufen wir noch nichts regeln werbung verbesserung lalala blub 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 dann hier haben wir den chat musikbord und noob zeitung wird noch erstellt also wir haben die kategorie schon wenn einer von euch drauf scheint oder eine idee hat einfach und anschreiben wir kümmern uns drum und dann müsste es eigentlich klappen dass wir dann gescheitze hinbekommen youtube ist da reden mit youtuber da kann man sich verbinden warte channel für das reden mit youtuber zu den support infos aber es wird für diese worte aufgelistet ob support bild wird super drehen da können sich diese potter unterhalten support online benachrichtige unseren support mit ausrufzeiten support dann machen wir es gleich mal support geh in den warteraum ok dann bin ich im warteraum und wartet darauf dass ich gemufft werde vom herr lieben chipscrafter aha mich hallo Er hat es anscheinend noch nicht verstanden. Und meine Schwester kommt rein. Geil. So. Er hat die Nachricht gelesen. Und gut, dann gehen wir schon mal weiter. Es gibt hier verschiedene Supports. Wenn nicht, gehe ich gleich rein. Dann haben wir hier Bot-Tests. Den könnt ihr normalerweise nicht sehen. Dann für euch Labernkanäle. Falls das zu wenig sein sollten, wird für euch auch noch welche erstellt. Regeln, Musik für Musikhörn, Witze und Spiele. Das hat es mir nicht getan. Und ja, er soll mich eigentlich hochrufen. Egal, dann gehe ich selber rein. Dann gehe ich halt selber rein, wenn du mich nicht hochmovst für das Video. Ja, stimmt. So. Dann. Ja, es kommt gleich Werbung rein auf dem Discord-Server. Passt zum Video. Bewerbung könnt ihr hier über einreichen. Wir suchen noch einmal Supporter. Das heißt, das Schnellste von euch hat die Chance, einmal auf Supporter werden. So, dann kopiert ihr euch hier die Link. Beziehungsweise öffnet sie. Ich kann es jetzt hier nicht. Ja, gut. Keine hä 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 Werbung. Hey Moritz, Werbung. So, ihr gebt eure E-Mail-Adresse hier ein. Fresse at Fresse.com Bist du schon im Team? Nein, ich bin doch nicht im Team. Ich bewerbe mich für Supporter. Wie heißt es auf Discord? Ähm KP Mein Discord-Tag lautet Hashtag Blalalalab Und jetzt ist Team Baum Und erzähl uns was über dich KP So, das heißt, ich sollte es euch am besten ehrlich machen. So, und dann habt ihr hier euer Bewerbungsformular Einfach aus den Tenden klicken Oh mein! Er spielt gerade etwas. Also, dann klickt ihr hier unten auf Senden Dann klickt ihr hier unten auf Senden Und dann wird eure Bewerbung verschickt. Das gleiche ist bei den Verbesserungsvorschlägen. Ihr kopiert euch die Link. Ah, Sack. Dann gebt den Link wieder im Browser ein. Website verlassen. Discord-Name, Discord-Tag. Wir findest du den Discord-Server natürlich sehr gut. Das ist gut. Discord-Tag ist wieder Hashtag Blalalalab Also, ihr könnt hier Dateien hochladen. Ihr müsst euch allerdings dafür anmelden. Das heißt, Dateien-Kidivender nur hochladen, wenn ihr einen hat. Und das sollt ihr verbessern. Besser ein KP. Dann klickt ihr da wieder auf Senden. So, jetzt sehen wir jetzt mal die ganzen zwei Formulare durchgegangen, die es aktuell gibt. Dann, wir haben ein Game-Pod drauf. Mit dem Tag findet ihr die Sachen. Wir haben ein Game-Pod drauf. Ja. Und natürlich hier über den Link könnt ihr spenden. So. Jetzt stellt sich viele von euch wahrscheinlich die Frage, ja, wie kommt man denn auf diesen Server auf? Und zwar das hier Discord-Tag-Diging Schrägstrich, dann gebe ich meine Einladung ein. So. Das werde ich auch wahrscheinlich nachher kopiert in die Videobeschreibung setzen. Das heißt, ihr geht es ein, beitreten und dann würdet ihr theoretisch hier beitreten. Aber da ich da ich ja schon mitgeblieb bin, passiert da nichts. Ihr könnt ihr glaube ich auch noch Servern für zum Beispiel Spiele suchen, aber das auch nicht so interessieren. Auf der Dandycraft. Ihr hört gerade, ihr spielt im Hintergrund. Wir werden wahrscheinlich auch nachher noch ein Gameplay zusammen aufnehmen für Minecraft. Discord-Tag-Diging Ja. Und zwar, das ist mein Discord-Server. Ich würde zwar sagen, kleines, kurzes Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr daunt. Hier seht ihr die Server-App hier. Die werde ich wahrscheinlich nachher auch in die Videobeschreibung reinpacken. Ich würde sagen, aber Leute, macht's gut. Bis bald und ciao. Leute.